herzlich willkommen zurück zu dark souls 3 ha sie nicht treffen danke ja wir spielen wieder und ich habe gestern wird man dachte jetzt der typ da oben ich habe gestern mir das video von rocket beans angesehen speedrun da alle wo sie dark souls 2 speedrun das mal aufgefallen wie zeit ich eigentlich in dark souls 2 verbracht habe da prüfen wir mal ganz fix ab hier oben vielleicht mal wieder leute stehen oder überhaupt mal leute und habe ich so bock auf dark souls bekommen dass mir jetzt langsam 20 minecraft folgen ausgehen aber egal so der plan ist jetzt erst einmal 20.000 seelen zusammen zu bekommen um uns von der tussi da unten und der händlerin den schlüssel zu kaufen damit wir hier nach oben kommen dort können wir dann sie unsichtbar dort können wir dann schabernack treiben außerdem will ich meine seelen wieder haben anscheinend bin ich gestorben bei der letzten aufnahme session ich weiß es nicht warum so und ich hoffe einfach mal dieses ding nervt mich da unten sind die ratten ach stimmt da unten weil habe ich da nicht irgendwas ach die asche so ganz ruhig so wir gehen jetzt hier erstmal unten rum weil ich glaube dieser typ hier hab mich gekillt ja hier oh oh okay rapte okay oh 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 Boah. Boah. Drinken und weg. Alter, der Typ ist voll gefährlich. Regt mich der auf. Alter. Ich will hier nicht sterben. Oh, regt mich dieser Typ hart auf. Und jetzt bin ich auch noch eingeschrieben in Skype. So. Jetzt. Aber. Schluss. Aus. Ende. Moment, ich muss mal ganz kurz Skype beenden. Hilfe. Moment. Habt ihr gleich, habt ihr gleich. Ich hoffe, ihr seht noch was. So. Wuppt. Skype beendet. Und jetzt noch hier rein. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass Outlook hier da nicht rumspinnt. Da oben sind meine Seelen. Alter. Da oben ist aber noch mal so einer. Oh. Und tschüss. Hier oben haben wir ja Gott sei Dank schon alles erforscht. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Ein Crystal Lizard. Teuriger Edelstein. Der Typ gefällt mir hier noch weniger. Okay, ganz langsam. Oh, hier? Oh Gott, hier könnte auch was sein. Nix. Hier ist ein Weg. Tschüss. Da. Der lebt noch? Warum lebt der Typ noch? Weil da unten Wasser ist. Die Hängebrücke droht einzustürzen. Ach, nö. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, das war ein MPC. Ach, nö. Ich wusste es. Da. Wo ist der Nächste? Ich stehe noch mehr auf. Ihr steht doch alle auf. Verarscht mich doch nicht. Oh Gott, hier ist auch ein Weg. Hier ist ein Weg. Ich gehe sicher nicht über die Hängebrücke. Ich bin doch nicht blöd. Wenn du schon steht, die droht einzustürzen. Kann ich dich anvisieren? Nein, 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 nein. Es tut mir so leid, dass ich dich angeschossen habe. Ja, hallo, ich dachte, du wolltest oben bleiben. Nein. Wahrscheinlich ist er noch oben. Geh doch mal über die Brücke. Nichts sagen. Ich probiere es mal. Ich schieße jetzt einfach mal auf die Hängebrücke. Ich gehe... Ach, jetzt geht alles. Ach Gott, jetzt spinnt alles bei mir gerade rum. Was ist hier? Kann ich nicht abmachen. Ich muss über die Hängebrücke anscheinend. Oder ich jump da runter, oder? Ups, nicht hier. Nein, nicht hier. Verbindung zu Steam-Undel unterbrochen. Ich hasse es so sehr. Steam! Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin mit allen verbunden. Es läuft alles einwandfrei. Warum läuft ein Steam nicht? Scheißspiel. Ich liebe das Spiel. Aber trotzdem, scheiße. Ja. Ich habe mich wenigstens nach vorn gebeamt. Und abwärts. Ich trinke mal einen Trang. Wahrscheinlich stürzt das Ding hier jetzt ein. Nee. Hihihi. Alles klar. So. Aha. Vorsicht vor Skelett. Verbündeter wird benötigt. Verrückt werden. Und zurückrollen. Dann gucken wir noch mal. Ist hier irgendwas Quest-mäßiges? Wer bist du? Nein. Bad Wolf? Nein. Einfach mal überprüfen, ob hier irgendwas für eine Quest ist. Mord. Und Legion. Oh, nee. Nö. Kann nicht beschworen werden. Ja, Gott sei Dank. Na dann. Grüß Gott. Wer ist das Skelett-Boss? Versuch angreifen. Nur arm? Dunkelheitsschaden. Giftschaden. Blutungsschaden. Wenn das ein Skelett ist, hilft mir das alles nicht. Na dann. Na komm hier, Boss. Versuch Feuer. Versuch Armring. Habe ich denn was mit Feuer? Nee, nur die kleinen Dinger. Ach, die gehen so schnell. Ja gut, dafür halten sie aber auch nicht lang, gell? Ist schon wieder vorbei. Ja. So. Neuer Boss, glaube ich. Oh, oh, oh. Oh Gott, berühr das doch nicht. Will ich Feuerbomben? Oh, du bist selber schuld. Bist selber schuld. Nito? Bist du's? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Okay, nur Arm. Oh. Oh, es leckt. Okay. Nee, wir sehen den Arm ab. Polianter Grabwächter. Es leckt! Warum leckt die Scheiße hier? Okay. Oh! Oh, 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 oh! Oh Gott, das war so dumm! Oh Gott, war das dumm! Warum habe ich diese Scheiß-Feuer-Dinger drin und keine Estos-Flakons? Oh, regt mich das gerade auf! Oh, regt mich das gerade auf! Äh... Jetzt will ich aber ganz kurz wohin reisen, und zwar hierhin. Gott! Ich hätte ihn besiegen können! Oh, regt mich der! Das macht mich jetzt gerade richtig wütend! Wie dumm ich war! Wie dumm ich war! Äh, ja. Ja. Leuchtfeuer-Stufe 3. Noch ein, jawohl! Habe ich noch ein? Jawohl! So. Jetzt heilen auch die Estos anscheinend mehr. Oder ich habe mir das Spiel jetzt schwieriger gemacht, aber das wurde mir gesagt, sollte ich mal machen. Entweder war es jetzt ein Fake. Nein, Estos-Flakon, plus 4. Jawohl. So. So, roll vorbei. So. Jawohl, wir hatten sind tot. So. Jetzt werden wir mal ganz kurz hier. Ja, komm, Ratty, Ratty, Ratty. So. Oh, macht mich das gerade wütend. So. Gott, macht mich das wütend. Ah, 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 ah. Nichts umdrehen hier. Da. Kommen wir denn da hin? Was ist da? Um. Gut, der Weg zum Boss ist jetzt nicht besonders lang. Und ich darf nicht anvisieren. Und ich darf nicht anvisieren. Ah, das ist ja nett. Hier oben sind meine Seelen. So. Ah, gut. Dann nochmal. Ja, ja. Ah, gut. Ah, gut. Ah, gut. An die Abwisien. Ah. Das war fail. Okay, was macht er denn jetzt? Ich renne von dem Nebel weg. So. Ich muss ihn anvisieren. Ah, 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 ah. So. Und wegrollen. Boah. So. Ach Gott, lass mich doch hin. Oh. La, 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 la. Der Nebel ist das, was mich killt. Okay. Nochmal voll heilen. So. Und jetzt noch die andere Arm. Der andere Arm. So. Ja, ja. Oh. Der hat mich da hingezogen. Oh, was macht er denn jetzt? Oh, ich muss an seine andere Hand hin. Oh, nö. Hoch fürs Wollen hier. Mann. 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 So. Da hinten gehen wir jetzt noch. Ist mir jetzt egal, ob er mich jetzt erwischt. Mein, ein Estos-Flakon hype mich jetzt wieder voll. Ich probiere jetzt einfach mal, nur den Weg zu laufen. So. Funktioniert mir das. Funktioniert. Oh. Mann. Ich darf den Boss nicht anvisieren. Die scheiß Skelette. Ich muss einen anderen... Hm. Eine andere Taktik muss ran. Gegen den. Aber... Diese andere Taktik seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Also, Leute. Tschüss.